Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Springerle. Die Zubereitung von Springerle bzw. Ennisbrötli ist ein Dufterlebnis und bietet sich als Gebäck für die Advents- bzw. Weihnachtsbäckerei an. Springerle sind typische Anisplätzchen auch im Elsass, wo sie den gleichen Namen tragen. Für eine Portion werden folgende Zutaten benötigt. 4 Eier, 500 Gramm Zucker, 500 Gramm Weizenmehl type 405, ein halber Teelöffel gemahlener Anis, ein halber Teelöffel Potasche, ein Esslöffel Wasser. Folgende Utensilien werden benötigt. Gebäckmodel, Küchenpinsel, Backblech ausgelegt mit Backpapier, Nudelholz, Küchenwaage, Teigschaber, Schüsseln, Frischhaltefolie, Schneebesen, Küchenmaschine mit Rührbesen oder Handrührer mit Rührbesen mit einer Schüssel, Backgitter oder Kuchengitter. Zubereitung Eier und Zucker 15 Minuten schaumig rühren. Den Anis, die Potasche mit dem Mehl vermengen. Das Mehlgemisch unter die Eiermasse rühren und den Teig mit Händen gut durchkneten. Den Teig in Frischhaltefolie einpacken und eine Stunde im Kühlschrank rasten lassen. Den Teig auf 5 Millimetern Dicke ausrollen, in die mit Mehl ausgestreuten Modeln eindrücken und stürzen. Die Teigplatte in die einzelnen Motive zuschneiden. Das Gebäck 12 bis 24 Stunden trocknen lassen, ruhiger Ort, gleichbleibende Temperatur, kein Durchzug. Die einzelnen Springerle auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben. Die Springerle bei ca. 150 bis 160 Grad Celsius auf der untersten Schiene im Backrohr ca. 12 bis 15 Minuten lang backen. Die letzten 5 Minuten einen Kochlöffel in die Backofentür klemmen. Lagerung Das beste Aroma für die Plätzchen entwickelt sich etwa nach einer Woche. Die fertigen Plätzchen sollten in einer luftdichten Dose aufbewahrt werden, einzelne Schichten mit Pergamentpapier trennen. Als Beilagen eignen sich Kaffee, Tee, Vollmilch oder heißer Kakao. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Kaffee, Tee, Vollmilch oder heißer Kakao. Kaffee, Tee, Vollmilch oder heißer Kakao. Ich liebe dich, äh, Tee, Vollmilch und kaffee.